Moin Leute, ich bin neu bei YouTube, wollte mich vorstellen, ich bin der Niklas, ich zeig euch heute mal Ace of Space, das möchtet euch mal gerne vorstellen, ich finde es eigentlich ganz gut, aber, ich spiele auch auf dem Server Sauerkraut Team Deathmatch, heute machen wir nur 10 Minuten, weil das erste Mal ist und ich wollte mich nur vorstellen, das Spiel macht mir extrem viel Spaß, ich mache auch natürlich auch Minecraft, Euro Truck 2, Landwirtschaft Simulator, so leicht, auf so andere Kleinigkeiten, die euch Freude machen, übrigens, ich stelle dann den Link auch noch mit in die Beschreibung, Ich hoffe, ihr versteht mich gut, ich habe nur ein Headset, heute Abend kommt noch ein Gast dazu, der überlegt sich noch seinen Namen aus, aber, Ja, ach, Mann, kotzt mich doch jetzt, wir spielen dann zu 100% Minecraft über Ace of Space, eins von beiden, Euro Truck stelle ich dann selbstverständlich morgen vor, Ich hatte schon mal einen YouTube-Account, aber den darf ich gar nicht, Och, Mann, ist es drinnen, ihr könnt auch gerne mal mit mir spielen, das ist kein Problem, einfach nur anschreiben, ich gebe euch den Skype-Account, ich habe auch Skype, ihr könnt mich dann gerne adden, Und dann können wir auch eine Partie spielen, nur wenn ihr möchtet, Ähm, ihr könnt auch schreiben, was ich gut mache und was nicht, Kritik nehme ich gerne an, kann ich auch voll verstehen, Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, ja, auch am, am Server teilnehmen würdet, einfach, Och, ja, fick dich, Mensch, Skinner-Nome, Mensch, Mensch, Wir machen heute aber nur 10 Minuten, das habe ich glaube schon gesagt, als einer, So, super, prima, Mensch, oh, fit, dick, Ganz ehrlich, Mensch, Skinner-Nome, ne, nicht du, Brauchen, wenn ich nicht will ich jetzt gerne, ne, ist doch so, voll, Hi, geht aber, What, wo, 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 wo war der kleine Piep? Ich bin ja noch freundlich, ich will ja nicht so abholen, dann, Oh, Mann, Aber ich fährt auch noch Akku, wenn's so weiter geht, Oh, ho, 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 Hm? Oh? Ich seh mal einer an. Ich bin schon wieder hier, Entschuldigung. das ist das erste Mal es ist aus welchem Spiel schon lange vielleicht möchten die Youtuber kennen das noch nicht und möchten das mal spielen derjenige der heute Abend dabei ist er stellt sich natürlich auch noch vor ich will das Video auch jetzt gleich direkt hochladen 4 auf einmal hat man nicht immer wir haben noch 5 Minuten man geht die Zeit lahm hier legt sich keiner an das sag ich euch jetzt schon mal da stelle ich auch mal die Linz drin die ich morgen sehr wahrscheinlich mit reinbringen werde ich kann auch mal mein Computer also das System was in dem Computer drin ist beschreiben was ich alles wieder drin habe wenn der Computer euch nicht da gefällt den habe ich selber zusammen gebastelt im Grunde dass ich das überhaupt herun bekommen habe der schieße man kann auch übrigens hacken aber hacken ist kacke das macht dann keinen Fall und dann kann man sich dann nur auf ach ne ja jetzt ist er aber platt jetzt komm ich dann kann er geht mit ihm weg 16 Kult naja gut ok ich habe ja noch zwei Granaten ich habe ja noch zwei Granaten jetzt ist man hier schon in der Bulle haha na 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 ich geh mal so bisschen weiter noch drei Minuten dann müssen wir dann muss schon Schluss machen oh nein wie schlimm hier ist kein Mensch wie geil guckt sich das einer mal an ich bin schon auf der anderen Seite hier ist kein Mensch ach wie geil ist das mal geil ist das mal geil ah nein komm schon bitte nicht komm schon bitte nicht Mann haha ach man ich geb ich geb auch den Skype Account Teil ich glaube das habe ich eben schon einmal gesagt Mann ich muss ja von Alzheimer bestehen ja egal noch eine Minute ich sag dann schon langsam mal schon ich werde heute auf jeden Fall oder hoffe ich dass ich zwei Videos hochstelle und schaffen werde die können die besserungen vorschlagen und so weiter darüber würde ich mich sehr freuen dann sage ich jetzt mal dann sage ich jetzt mal da Vielen Dank.